Richmond, Virginia, 14.30 Uhr nachmittags »Möchten Sie einen Cookie?« Maggie schüttelte den Kopf, aber nicht, weil sie keinen der Untertassen großen Schokoladensplitterkekse wollte, die auf dem Teller vor ihr lagen. Vielmehr war sie lange genug in Washington gewesen, dass zumindest einige der Sitten ihre Spuren hinterlassen hatten, und in einem Meeting waren sämtliche Snacks abzulehnen. »Hab sie selbst gebacken?« »Sie machen Witze. Sie sind die Gouverneurin von Virginia. Sie haben unmöglich Zeit für so etwas.« »Oh doch, die habe ich.« Donna Morrison blickte zur Tür und vergewisserte sich, dass niemand hereinkam. »Ich bin die menopausale Gouverneurin von Virginia, und ich fühle mich, als hätte ich seit der Bush-Administration keine Nacht mehr durchgeschlafen. Als sie Maggies Reaktion sah, fügte sie hinzu, »Was sollte ich denn sonst zwischen zwei und vier Uhr morgens tun? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Stunden, die ein Mädchen sich Fox ansehen kann.« Maggie grinste. Sie erinnerte sich gut an ihre Treffen mit Donna, die das Planungsteam des Präsidenten leitete, dem sie beide so stolz gedient hatten. Donna war warmherzig und einladend und lachte gern und häufig. »So«, sagte die Gouverneurin, indem sie auf dem Sofa gegenüber von Maggie Platz nahm. »Wie ich bereits schrieb, ist ein Mann tot.« Kurz nach 8 Uhr heute Morgen hatte eine Reinigungskraft der University of Virginia Charlottesville das langjährige Mitglied der Historischen Fakultät, Professor Russell Aikman, tot in seinem Büro entdeckt. Er hatte über seinem Schreibtisch gelegen, sein Gehirn über die antiken Karten verspritzt, die seine Bürowände schmückten. Aus diesem Grund saß Maggie nun vor der neuen Gouverneurin von Virginia gegenüber und kämpfte gegen den Drang, sich ein Schokoladenkeks zu nehmen. Schon nach einer Stunde hatten sie Selbstmord völlig ausgeschlossen. »Und das war nicht, was sie hören wollten?« »Verdammt richtig. Ich habe förmlich gebetet, dass man mir sagt, er hätte sich das Leben genommen. Ich meine, es wäre schrecklich gewesen für seine Familie, keine Frage. Einfach schrecklich. Nicht, dass das hier viel besser wäre, aber wenigstens könnten wir vermeiden...« »All das hier vermeiden«, sagte Maggie und deutete auf das Telefon. Die Tweets waren beinahe im gleichen Moment rausgegangen, als die Nachricht von Aikmans Tod verkündet worden war und kurz nachdem die Debatte zwischen Rob Starrt und Jonathan Baum begonnen hatte. Ein konservativer Talkshow-Gastgeber hatte sich frühzeitig eingeschaltet. »Denkmäler einzureißen ist eine Sache. Ein Menschenleben zu nehmen, eine ganz andere. Hashtag Russell Aikman. Rest in Peace.« Die andere Seite hatte keine Zeit verschwendet. Ein Tweet von einer Frau, die sich als Aktivistin von »Hashtag Pull Them Down« zu erkennen gab, der Kampagne zur Beseitigung sämtlicher Denkmäler aus der konföderierten Zeit, hatte einen Tweet gepostet, der von vielen geteilt worden war. Russell Aikman hat über die Geschichte der Sklaverei geschrieben. Heute wurde er von jenen zum Schweigen gebracht, die die Wahrheit nicht ertragen. »Aber – Hashtag – The Truth Lives.« »So ist es.« Donners Lächeln war verschwunden. »Beide Seiten beanspruchen Aikman als einen Märtyrer für ihre Sache und geben der jeweils anderen die Schuld.« »So sind die Dinge heutzutage«, sagte Maggie. »Ich weiß, aber es wird noch schlimmer. Angenommen, eine der beiden Gruppen steckt tatsächlich hinter Aikmans Tod. Das wäre eine ganz neue Stufe der Eskalation.« »Denken Sie, es könnte sich ausbreiten?« »Ich sage Ihnen, was mich um den Schlaf bringt, Maggie. Das Urteil im Kien-Prozess ist für diese Woche geplant, höchstwahrscheinlich Freitag.« »Der Kien-Prozess? Der Kerl ist verrückt.« »Er könnte dieses Ding aber gewinnen und sei es nur aufgrund einer Formsache.« »Jesus Christus.« »Stellen Sie sich vor, was dann passiert, Maggie. Ein Gericht im Süden der Vereinigten Staaten erklärt, dass es keine Sklaverei gegeben hat. Ich sage Ihnen, es würde nicht nur zu einem Aufstand führen, es würde einen Bürgerkrieg auslösen.« »Besonders, wenn sich die beiden Seiten bereits gegenseitig umbringen?« »Genau.« »Denken Sie darüber nach, Maggie. Wenn wir hier in eine Todesspirale geraten, mit Morden und Vergeltungsmorden, Rache und all dem, dann wird dieses Urteil am Freitag wirken, als würde man ein Fass Benzin in ein Feuer gießen, das bereits außer Kontrolle zu geraten droht.« Sie hielt für einen Moment inne. Und Sie sind jetzt schon wütend. Maggie furchte fragend die Stirn. »Eine Schwarze sitzt in der Villa des Gouverneurs in Richmond, Virginia, der Hauptstadt der Konföderation.« Maggie seufzte. »Ich verstehe, Gouverneurin, das tue ich wirklich. Für Sie Donner, Maggie. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich bin raus aus der Sache. Ich bin Maggie.« »Wissen Sie, wie der Präsident, unser Präsident, sie immer genannt hat, seine oberste Problemlöserin.« »Ich bin weitergezogen. Sie machen irgendein dämliches Hippie-Aussteigerstudium. Ich nehme mir etwas Zeit, um wieder...« »Was?« »Den Kopf wieder klarzukriegen?« »Hören Sie, ich verstehe das.« »Und Sie haben eine Menge durchgemacht.« »Wir wissen alle, was im Weißen Haus passiert ist.« »Sie haben Unglaubliches geleistet.« »Aber sagen Sie mir, was zum Teufel ich tun muss, damit Sie mir helfen, um dieser Aikman-Sache auf den Grund zu gehen und sie zu beenden, bevor sie außer Kontrolle gerät. Weil ich glaube, dass sonst in meinem Staat ein Rassenkrieg ausbrechen wird, der womöglich das ganze Land verschlingt.« Eine lange Pause entstand, die schließlich von Maggie gebrochen wurde. »Sie kriegen eine Woche,« sagte sie und stand auf. »Nicht mehr.« »Wir haben keine Woche, Maggie. Uns bleiben weniger als fünf Tage.« Northern Virginia, 15.40 Uhr nachmittags. Sie war froh über die einstündige Fahrt im herbstlichen Sonnenschein entlang der Interstate 64 nach Charlottesville. Sie würde die Zeit nutzen, um den Kopf frei zu bekommen und etwas auszuarbeiten, das einer Strategie ähnelte. Sie war dabei, in Gedanken eine Liste der bekannten Unbekannten über Russell Aikman zu erstellen, als der vermeintlich alternative Musiksender im Radio vom Geräusch ihres klingelnden Telefons unterbrochen wurde. Der Bildschirm im Armaturenbrett verriet, dass es ihre Schwester Liz war. »Was ist los?« »Nun ja, auch dir ein Hallo, Maggie. Mir geht es großartig. Vielen Dank, dass du gefragt hast. Aber es ist mitten am Tag. Du rufst sonst nur abends an.« »Verdammt, Max! Ich rufe meine große Schwester an, weil mir danach ist. »Warum hast du einen so großen Stock im Arsch?« Maggie musste lächeln. »Also ist alles in Ordnung? Du und die Jungs, alles okay?« »Nun, ich für meinen Teil habe gerade eine Veränderung in meinem Leben vorgenommen.« »Oh, nein, sag mir nicht, dass etwas mit dir und Paul nicht stimmt.« »Nein, wie zum Teufel kommst du darauf?« »Hast du eine Affäre?« »Nein, Miss Margaret Costello, ich habe keine Affäre. Aber ich sehe jemanden.« »Du weißt schon, einen Therapeuten.« »Oh, du musst unbedingt daran arbeiten, wie du so etwas ankündigst.« »Ich hatte gerade meine dritte Sitzung.« »Wirklich? Gerade eben?« »Ja.« »Er heißt Yves Lamage, ist Franzose. Er sagt, es gibt viel zu tun.« »Ich wette, dass er das sagt.« »Die Sache ist die, Maggie. Du würdest wirklich davon profitieren, das auch zu tun.« »Was? Einen Therapeuten aufsuchen? Und warum sollte ich das tun?« »Weil es helfen könnte. Vielleicht findest du heraus, warum du immer wieder herumspringst und dich nie wirklich an einem Ort niederlässt, niemals einem einzigen Mann verpflichtet sein willst.« »Zulis, ich muss auflegen.« »Es ist mitten am Arbeitstag. Wir reden später, ja?« »In Ordnung. Und pass auf dich auf, okay? Ich hab nur eine Schwester.« Es dauerte weitere 20 Minuten, bis Maggie das Charlottesville Police Department erreichte, einen niedrigen roten Ziegelkasten neben einem mehrstöckigen Parkhaus. Das Büro des Gouverneurs hatte vorab angerufen, also wurde sie bereits von Ed Grimes, dem Polizeichef, erwartet. Er nahm seinen Platz hinter dem Schreibtisch ein und Maggie begriff sofort, dass er in der Defensive war. Nervös, weil ihm die Gouverneurin über die Schulter schaute. »Danke, dass Sie mich empfangen«, begann Maggie und schenkte ihm ihr herzlichstes Lächeln. »Wir hören großartige Dinge über alles, was Sie hier tun. Welche Spuren verfolgen Sie?« »Nun, wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen, Miss Costello. Wie Sie wissen, macht Charlottesville in jüngerer Zeit eine schwierige Phase durch, insbesondere mit Aktivisten der sogenannten Alt-Rights und ihren Gegnern von ganz links außen.« Maggie schwieg abwartend. »In dieser Zeit gibt es eine besonders aktive Zelle der Bewegung Black Lives Matter, die sich auf den Campus der Universität konzentriert. »Wir glauben, dass Professor Aikmans Mörder wahrscheinlich aus diesem Kreis kommt.« Was bringt Sie auf diesen Gedanken? »Zum einen haben die Studenten einen leichten Zugang zu dem Gebäude, in dem der Professor tot aufgefunden wurde. Die Tür zu diesem Gebäude ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Nicht jeder kann die öffnen. Man muss die Kombination kennen, was Dutzende von Studenten tun.« Obwohl es sicher auch andere gibt, die Sie kennen. Zweitens gab es einen Zusammenstoß zwischen Professor Aikman und der Führung von Black Lives Matter, vor allem mit zwei Leuten. Einen Zusammenstoß? Inwiefern? Jetzt griff Grimes unter seine Kladde und zog die Kopie eines Briefes hervor, die er Maggie reichte. Sie überflog den Inhalt nur, doch die Schlüsselstellen sprangen hervor. »Als farbige Studenten schreiben wir, um unsere tiefe Besorgnis über ein Muster der Benotungen auszudrücken, das wir für ungerecht halten. Spiegelt nicht die Eigenartigkeit unserer Erfahrungen wider. Kann nur vermuten, wenn nicht voreingenommen, dann unsensibel. Probleme gehen weiter als in diesem speziellen Fall. Mangel an Diversität auf höchster Fakultätsebene. Sie wollen damit andeuten, dass Russell Aikman von Aktivisten von Black Lives Matter getötet wurde, weil er ihnen schlechte Noten gab? Dabei ist dieser Brief an die gesamte historische Fakultät gerichtet, nicht nur an Aikman. Da ist noch etwas. Das Standbild. Grimes zog ein Foto der Bronzestatue von Robert E. Lee hervor, dem leitenden General der Konföderation, auf seinem Pferd. Das Denkmal war immer ein Wahrzeichen von Charlottesville gewesen, doch der Streit um seine Entfernung hatte jüngst eine neue Dimension angenommen. Gerade noch sichtbar an der Basis des Standbilds, obwohl durch hektische Reinigungsbemühungen stark ausgebleicht, waren Worte in Sprühfarbe zu erkennen. Black Lives Matter. Was hat das mit Aikman zu tun? Eine Menge Leute an der Universität wollen, dass diese Statue verschwindet. Viele von Aikmans Studenten. Und er war der Meinung, sie sollte bleiben. Jep, er sagte, man könne die Geschichte nicht auslöschen. Maggie nahm das Foto zur Hand. Betrachten Sie es aus meiner Sicht, Miss Costello. Sie hatten die Mittel und sie hatten Zugang zu diesem Gebäude. Und sie hatten ein Motiv. Mehrere Motive genau genommen. Wir suchen lediglich nach der Person, die abgedrückt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017